Hallo, ist es vorbei? Ich bin hier im Disneyland Paris und zwar im Adventureland und ich stehe an für einen Pineapple Whip. Also ein schönes Getränk mit Ananas und Nühleis. Also, ich werde es euch gleich mal zeigen, wenn ich es habe. Im Augenblick dauert es noch. Bis gleich. Musik Musik So, das ist er jetzt, der Pinnacle Rib, Ananas Firoc mit Ananas Soft. Und Panelle Eis eben drauf, sehr erfrischend, genau richtig bei dieser Hitze, ganz klar. Das war dann hier in der Pinnacle Rib mit Dissau-Paris, hier aus dem Adventureland in Dissau in Paris. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.